Hallo ihr Lieber, ich bin sehr begeistert, dass ich dieses Video hochladen habe. Also vorher möchte ich eher sagen, dass Tugu Tugou kann alle Leute benutzen. Die Zählen, die Tugu Tugou ist gegen die Lebensmittel verschwinden. Tugu Tugou ist eine Mobil-App, die Kunden mit Restaurants und Geschäfts verbindet, die Unverkauftes überschlussige Lebensmittel haben und dies zu einem vergünstigen Preis an selbst Abholer verkaufen. Genau so ein Mook-Bang, aber heute mache ich keine Mook-Bang. Ich will nur euch zeigen, was habe ich bekommen. Ich habe mir diese Bilder geschickt. Also, ich habe super viel Süßigkeit bekommen. Also, ich liebe das ja. Oha, schau mal diese Daumen aus. Ja, ich glaube, dass ich kann ungefähr drei Tage essen und ich kann das alles fertig essen ohne Werfen. Ja. 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 Ja.